Okay, soll ich hier hochspringen oder was? Dann muss ich jetzt echt meine Waffe liegen lassen. Ist ein Scherz, oder? Oh, shit. Was? Ich sehe doch, dass man da hochspringen kann. Ja, das ist wieder eine unsichtbare Wand. Ja gut, also jetzt bin ich wirklich perplex. Wo geht's denn nun lang? Ich meine, jetzt bin ich jeden Weg einmal gegangen. Da ist schon wieder eine unsichtbare Wand. Da kann ich also nicht hin. Ähm, geht's hier irgendwo weiter, was ich gerade nicht sehe? Okay, vielleicht muss ich durch das Tor zurückgehen und... Hm, das wäre aber schon ziemlich gammelig. Tatsächlich, man musste da runter zurückgehen. Das ist so ein Quatsch. Oh, geez. Na, wenn ich das eher gewusst hätte, hätte ich meine Waffe mitgenommen. Ja, genau. Lass mal die andere Waffe holen. So geht's nicht. Jetzt bin ich dran. Sammle die Waffe endlich auf. Jawollo. Wie kann das denn sein? Kloans, die Kloans, die Kloans! Wohohohoho! Jetzt war das ein ganzes Fortschritte. Das war's noch nicht mehr. Du nicht fühlst mich, Kloans! Das war's nicht mehr. Das war's nicht mehr, Leute. Bada-Bum. Waffe dich. Ja, waffe dich. Das war's nicht mehr. Ich bin dran. Ich bin dran. Richtig, so macht man das. Genauso, nur ist... Ah, diese Minigun-Action. So gefällt mir das. Oh Gott, es kommt noch mehr von diesen Selbstmördern jetzt auf den Weg. Ich habe nur noch 109 Muni. Langsam mache ich mir leichte Sorgen. Okay, wie lange kann das jetzt noch gut gehen, so? Oh, die muss ich noch loswerden, das war wichtig. Oh, shit, 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 what? Was war das? Ich hatte gerade noch Vollpower und drei Schläge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Drei Schläge haben mich gerade besiegt. Das ist so schwer lächerlich. Ah, ganz toll. Ja, bloß dieses Mal habe ich keine Minigun. Ja. Ja, jetzt stehe ich da. Wie soll ich denn das bitte schön schaffen? Ganz ohne Minigun. Da bin ich ja komplett am Arsch. Das ist mal ernsthaft. Okay. Also das hier wird der erste, der ist easy. Ah, ich habe ihn nicht getroffen. Das geht doch nicht. Das kommt schon. Der muss hier durch. Lass dich endlich treffen, du Penner. Das ist so lustig, wie ich tatsächlich auf Halshöhe schieße und damit Erfolg habe. Ach, komm nicht schon wieder. Hört mal auf, mich zu verarschen, du Arschloch. Ah, da ist er durchgelaufen. Das habe ich gesehen. Sauerei sowas. Ist das kompliziert. Ich brauche diese Waffe. Lustigerweise sieht es so aus, als ob ich jetzt zwei davon hätte. Wie er lacht. Gerade so, als ob der Joker aus Batman wäre. Komm schon, gib dich auf, Junge. Mehr Money für mich. Mehr Money für mich vor allen Dingen. Das ist das Wichtigere in diesem Fall. Vielleicht kann ich nochmal mal Upgrades kaufen. Wir sind eh ziemlich, ziemlich leer. Also ich hätte gedacht, das Spiel müsste einem die Möglichkeit geben, locker alles voll zu kaufen. Bis man bei Sinister ist. Gerade von Deadpool hatte ich sowas erwartet, aber... Da lag ich offensichtlich falsch. Pff. Ah. Oh, shit, shit. Was war das gerade? Was ist das hier? Mir geht die Money aus und die Treffer sind auch nicht gerade so geil. Yep. I lost count. Sehr nice. Und wieder ist einer weg. Aber ich mache mir jetzt dann wirklich Sorgen, weil... Jetzt kommen sie wieder mit den Waffen und ich glaube nicht, dass die andere Minigun hier noch rumliegt, oder? Nein, leider nicht. Leider haben sie die wieder mitgenommen. Komm schon, lass mich in Ruhe. So wird es nicht funktionieren. So geht es nicht. Was ist gut? Das da ist gut. Okay, das macht überhaupt keinen Sinn, das hier so zu machen. Aber echt. Jawohl, so funktionieren die Kill-Moves richtig. Und noch einer weg. Alles, alles wird genommen. Ja, trau dich, Waffenhandswurscht. Komm, trau dich. Hinter Mech hervor. Ach, ist das schön, wenn die einstecken. Äh, ja, genau. Okay. Aha, das hat funktioniert. Komm schon. Hau sie weg. Hau sie weg, Deadpool. Du kannst es. Gott. Ich muss wieder weiterlaufen. Muss ich hier wirklich gute Positionen aussuchen, um gegen diese Typen zu kämpfen. Das ist der Wahnsinn. Und in allem perfekt sparsam sein, sonst... Ja gut, jetzt geht mir die Muni nicht mehr ganz so schnell aus wie vorher, weil ich ja ein paar Upgrades gekauft habe inzwischen, aber... Oh, ist trotzdem ziemlich krass. Habe ich es jetzt endlich geschafft? Erstmal noch Spray-Paint. Oh Gott, echt jetzt? Nope. Wieso sind die Tore zu? Ich war doch da oben vorher. Oh, komm, was? Was ist hier los? Lass mich durch. Das ist so lächerlich. Ich wüsste zu gerne, durch was sie mich treffen da. Die ganze Zeit. Ich kann nicht mal ausweichen. Ich bin gerade von nichts getötet worden. Nope. Bitch. Ah, so werde ich keine Chance haben, wenn es so weitergeht. Ah, hör auf. Es ist lächerlich. Okay, erstmal Spray-Paint. Nope. Nicht so. Nicht mit mir. Hey, habe ich dich nicht schon längst getroffen? Schlampe da oben. Gib auf. Oh Gott, wie soll man die hier besiegen? Endlich. So, jetzt muss ich nur irgendwie davon kommen. Lang genug, damit ich mich wieder heilen kann. Oh, komm her, du. Ich kann's schaffen. Ich kann's schaffen. Diese Runde kann ich schaffen. Ich muss zugeben, ich habe das schon ein paar Mal jetzt versucht. Äh, weil es ist halt wirklich schwer übertrieben stark. Diese, diese Typen hier. Oh Gott, vor allen Dingen, wenn man wieder, wenn man wieder langsam gemacht wird. Der Wahnsinn. Oh, shit. Meiner Meinung nach hat mich der Fels nicht getroffen. Aber okay. Scheiß drauf. Komm schon, Bitch. So, es ist richtig. So, es ist richtig. So, will ich's haben. Was ist das? Was treibt ihr hier gerade mit mir? Das ist ein Scherz, ne? Hey, ich bin ausgewichen. Wie oft muss ich noch ausweichen? Oh, come on. Wie hat der Stein mich noch getroffen? Wie trifft mich dieser Haufen Scheiße? Oh, alter. Alter Schwede, alter. Ist nicht mehr lustig. Komm, lauf. Lauf auf mich zu. Lauf. Uh. Oh. Jeez. This is so cool. Ah, wie hat die mich jetzt wieder erwischt? Bin ich nicht gerade schon eben wieder so schön ausgewichen? Aber dieses Mal habe ich wenigstens eine reelle Chance, das zu überstehen. Oh, jawohl, jawohl. So läuft's. Shut up, Bitch. Ah, Gott. Dieser blöde Griff. Hättet ihr den nicht gemacht, dann hätte ich den anderen Penner jetzt schon besiegt. Komm schon, jetzt habe ich dich. Oder? Jawohl, jetzt habe ich ihn endlich. Und, Bitch, jetzt ist sie endlich dran. Komm schon, Deadpool. Keine Pause. Keine Pause. Ah, Mann. Langweilig, dass man hier keine... Nicht Dauer schießen kann. Oder schlagen kann. Ja, unbedingt. Also, es ist echt lustig. Ich schieße wirklich jetzt nur noch in Halshöhe. Und tatsächlich die ganze Zeit treffe ich ziemlich stark. Ähm. Nope. Ah. Endlich. Ja, du musst alles selbst erledigen. Scheiß Kerl. Oh, Gott, nein. Wie viele sind denn das? Oh. Das war doch gerade eben schon viel zu schwer. Sei mal still. Was ist denn? Ich will ja um eine Bombe. Äh, irgendwie. Nein. Ups. Oh, Gott. Oh, Gott. Mega. Das war richtig, richtig geil. Bis zum nächsten Mal. Dann. Ja. Vielen Dank.